Das sind wir. Willkommen, willkommen, willkommen. Was machen wir jetzt Schönes? Mal gucken, das kann ich auch mal hingeblieben sein hier. Finde Junior, okay. Haben noch ein paar Nebenquests offen. Machen wir erstmal ein paar Nebenquests. Ich weiß eben nicht, lieber Quest machen. Hexeaufträge haben wir jetzt noch nicht so viele. Ich würde eigentlich schon was die Katzenausrüstung holen. Das ist für mich relativ wichtig, weil ich mag diese Rüstungen. Deswegen wäre ich eigentlich dafür, dass wir erstmal die Rüstungen holen. Das ist zwar jetzt auch windig. Machen wir als nächstes. Jetzt hole ich mir erstmal die Rüstung. Ich hole mir jetzt erstmal die Katzenrüstung. Jetzt geht es los. Wir holen jetzt jetzt die Katzenrüstung. Katzenrüstung. Hinter den Schiffen ausgelegt. Ne, das war aber jetzt schön. Ich wollte ja hier hin. Unter die Passagen, unter der Insel. Genau, da müssen wir jetzt. Ja, ja, das machen wir später. Ja, ich habe ich auch noch auf den Kicker. Das weiß ich. Du bist irgendwann auch noch mal dran mit deinem... Ich glaube, das war das... War das nicht das Haus, wo er da treu gewohnt hat? Ich weiß es nicht. Ach, das ist schon so lange her alles. Oh Gott, Entschuldigung. Ich wollte sie nicht beleidigen. Es tut mir einfach leid, okay? Müsst ihr mir klauen. Zum Tempel-Insel. Wollen wir laufen? Wie weit ist denn das? Oh Gott, äh, wie ein Pferd? Ach, ich werde doch nicht mehr laufen. Das ewige Feuer wird unseren Weg erläufen. Ähm, Moment. Müssen wir jetzt hoch zu, ne? Ja. Wunderbar. Ich muss erst mal überlegen. Ich weiß, dass es den Eingang gab, den geheimen Eingang irgendwo in der Tempel-Insel. Die war etwas seitlich, etwas durch. Also hier, da hinten glaube ich, ja. Was soll man das sagen? Ge... Was? Gregors... Sankt Gregors Brücke. Okay. So. Was ist mit dem Spiel drin? Eieiei. 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 Ist schon sehr lange her. Ich weiß gar nicht, wann ich das gespielt habe vor vier Jahren. Oh Gott. So, jetzt müssen wir glaube ich hier links runter, wenn ich mich nicht ganz irre. So, genau. Jetzt geht das hier runter. Oh, und dann müssen wir irgendwie... Das ist so ein seitlicher Eingang. Wenn ich das noch zusammenkriege. Oh, hier ist ein Loch. Hihi. Das zweite Backe ist hier Future. So. Hm. Da. Hihi. Super. Okay. So, jetzt sind wir auch mal richtig, denke ich. Zack. Ähm, oder? Ich bin jetzt ganz sicher. Ich gleich abstürze ins Meerfalle. Nee. Ich bin nicht mehr gefallen. Okay. Alles klar. Ich sehe, damit wir das noch anders hinkriegen. Irgendwie müssen wir jetzt da hoch irgendwie... Aber ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Kann nur sein, die müssen hier vorne hoch. Irgendwo ist ein komischer Eingang. Ich weiß es doch nicht mehr. Da kommen wir jetzt von hier aus glaube ich nicht hin. Ne. 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 Es wird nichts. Na gut. Oder doch. Ich weiß es nicht. Vielleicht doch. Vielleicht. Vielleicht doch. Vielleicht doch. Gucken wir mal. Aber ich glaube nicht. Ähm. Ne. Ach, schade. Ach, da schwimmen wir mal weiter. Hät man sowieso noch irgendwelche... Eieiei. Wie war denn das? Wait. Da ist die Steine. Hm. Ja, da ist nämlich ein Eingang da oben. Genau. Kriegst du aber bloß... von unten hin. Dann kriegst du bloß von oben hin. Ja, ist sehr gut. Ich hab keine... Ah, ich hab keine. Alles gut. Ich hab's hier unten einen Eingang. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube nicht. Ne. Wir müssen schon da hoch. Ah, schade. Ich hab's hier. Wenn ich jetzt hier keinen Öffgang finde, dann müssen wir uns nochmal zurückporten. Macht nichts. Ich hab das schon mal probiert. Das war irgendwie ganz eigenartig. Du bist doch nicht von hier unten hochgekommen. Das heißt, wir müssen jetzt jetzt einen... Ah, da sagt man wohl eine Leuchtbomb da vorne. Ja, da gibt's keinen unteren Eingang. Von daher, wir müssen irgendwie wieder hoch. Schade. Tut mir leid. War jetzt mein Fehler. Aber was soll's. Hier kommt man nicht mehr hoch. Das hält. Man kommt hier echt nicht mehr hoch. Na gut, fürs nächste Mal. Müssen wir halt wieder hinten gucken. Ich bin halt einen Weg zu zweitig da runter gesprungen. Ach, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Was denn das? Wir sind jetzt wieder da rüber und dann nochmal von vorn. Und ja, hier unten sind noch Schätze irgendwo unter der Brücke da. Überall irgendwelche Schätze. Meinen Kreuzturm holen wir uns jetzt nicht. Äh, nein. Machen wir nicht. Da kommen wir glaube ich hoch. Mh. Was ist denn hier los? Oh! Sorry. Tut mir leid. Ich muss erstmal auf der Map gucken. Muss mal hier runter, ne? Irgendwo runter. Hier runter. Genau. Das sieht schon anders aus. Zack. Waren wir schon mal vor uns hier? Nee. Waren wir nicht. Ich bin keine Rassistin. Mensch! Elf! Zwerf! Gibt es einen Weg hinter? Das weiß ich noch. Ja, ja, ja. Hier sieht es sehr gut aus. Hier sieht es sehr gut aus. Hier hinten ist nämlich irgendwo so ein komischer Eingang. Vorsichtig. Nein! Na ja, gut. Passt. Letzten Spielstand live. Ich glaube nicht, kann man nicht mitten im Wasser raus jetzt. Ich finde diesen Aufgang irgendwann finde ich noch. Super! Ha! Aber was soll es, ne? Ja, es ist so klar. Ich muss nochmal rum. Es tut mir jetzt furchtbar leid, aber... Hm. Ich weiß eben nicht mehr, ob der Aufgang wirklich vom Wasser kam. Ja, da müssen wir... Wir müssen das jetzt machen. Ja, das ist alles ja. Ne? Also... Es gibt einen geheimen Eingang zur Tempelinsel und da gab es irgendeinen Abgang darunter. Dann machen wir das Ganze jetzt noch einmal. Ich will das Ding haben. Ne, da geht es nicht weiter. Sorry. Uh! Autsch! Du hast den Lok Mojini ein schönes Chaos angerichtet. Arrrr! Wie ist es denn, so einen König zu köpfen? Ich war das nicht. Hm. Bevor ich jetzt da um mich nochmal hinstelle, ne? Dann speichere ich über. Ich weiß, da gibt es den Zugang. Hundertprozentig. Da will ich jetzt hin. Aber ich weiß ja nicht mehr genau, wo er war. Da gab es einen Weg. Meine Achseln stinken erbärmlich. Deine Achseln stinken erbärmlich. Ja, das glaube ich dir. Hilft waschen. Oha. So. Das ist genau unten drunter. Ich speichere mal. Ja, ähm. Wenn das wieder passiert, wenn ich dann wieder hier runter falle. Da unten ist der Eingang. Das weiß ich. Ne. Ach, siehst du. Guck mal. Gut. So. Da. Ich komme jetzt da rüber. So. Oha. Irgendwie war das eigenartig. Das weiß ich nicht. Da gab es einen Zugang. Aber ich weiß nicht mehr, wie das ging. Ne, 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 ne. Schade. Es gab doch mal einen anderen Eingang. Haben wir einmal gespeichert. Irgendwie kam ich dort runter. Aber ich weiß, um Himmels Willen nicht mehr wie... Ah. Flucht. Ärgert mich das jetzt. Oh, Mann, Mann. Ähm. Okay. Das ist jetzt natürlich ein sehr guter Speicherpunkt. Den ich mir hier ausgesucht habe. Super. Hast du dir echt gut überlegt? Oh, Mist. Na gut. Ja. So kann man es auch machen. Mist. Ich wollte das so. Auf jeden Fall. Ich habe das jetzt extra zu mir ausgesucht, dass ich da so rein wollte. So. Wir hätten jetzt gerne eine Katze. Haben wir. Das Hühnerbein haben wir noch den Bolzen. Wir nehmen erst mal noch eine Fackel mit. Hier ist etwas. Ich muss das Auge benutzen. Das Auge. Wir nehmen das Auge. Das Auge. Das Auge. Das Auge. Das klingt wie ein Troll. Das klingt wie ein Troll. Das klingt wie ein Troll. bist super das was ich brauchte da steht der troll das ist der bestimmte absicherung oder gehen erst mal hier rüber aha okay cool was war jetzt passiert hier kann man doch irgendwas kaputt machen ach ich erinnere mich oder ich habe keine neun nette glühlampen hängen da an der decke was ist das aber ich würde erstmal kurz zu dem troll gehen der troll ist bestimmt auch interessant da versteckt irgendwas ich und trolle das ist ein großer böser troll das ist ein golem und der ist blau okay da will nichts von mir jetzt ist er gehört aber ja warte ich muss gucken ich habe angst ist die ario ein golem ist ein konstrukt sollte es eigentlich sein ist es nicht ein relikt ist es eigentlich auch nicht es ist wenn dann ist es ein konstrukt der irgendjemand hergestellt das ding also was nehmen wir da axi nehmen wir nicht konstrukt und das ist richtig der maritzenbombe ist auch richtig und ja gut die frage der fragen ist jetzt haben wir den konstrukt schon fertig ich glaube ja die frage der maritzenbombe ist auch richtig und das ist ein bisschen Good. ein Nee, das ist wohl nicht so gebläunt. Geh weg, du stinkst. Nee, doch nicht. Ich schau mir, was denn zu wenig hast. Hätten wir? Geh weg. Noch mal kurz hier. Oh, ist's schön. Morbese, ja nicht. Erkampfen hier, wenn du siehst, ist immer wieder so ein Seitenarm. Ok, hier steht irgendwas, klicke in die Tiefe und finde Erleuchtung, ok, ach, was ist denn jetzt eine Erscheinung? Ach ja, ich bin dumm. Ob ich jetzt höre ich bin? Irgendwas sagt mir, ich sollte hier noch nicht sein. Ne, warte, was mach ich denn? Gut. Gut. Gut, okay. Schlüssel benötigt, das ist ja wieder mal Headstand erwartet, das heißt wir wissen das doch irgendwie und was wir hier rüber gehen, ich weiß es nicht, wir gehen erstmal hier runter, mal sehen das hier war sehr elend, das ist ja hier, das ist eine Kiste, guck mal, sehr schön, also brauchen wir jetzt eine Katze erstmal, den Spotlight holen wir noch nicht, okay das was ist eine Rechnung, höh, okay oh, schade, sorry, da hör' ich so, was, oh nö, komm her, komm, ne, ist ja gut, da komm' ich schade zu dir gründet die Passagen der Tempelinsel ich hab schon mal was wir sehen hier, nein okay, dann ist das Bank wirklich so das ist ja eine Türe, ne, warte mal ich hab irgendwas nie gesehen, irgendwas hab ich bestimmt immer übersehen ich soll in die Tiefe klicken, hat er mir gesagt, hat er das da brauchen wir einen Schlüssel, haben wir noch nicht hm 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 also doch dahinter hm also doch dahinter na gut ist hier irgendwas, was man noch lesen kann aha, hier ist eine Kiste, guck mal, hier ist ein Zettel, geheimnisvolles Rezept, steht da drauf ja, das Hühnerschenk der Rest wird sich nicht okay, sehr interessant was biegt mir das jetzt? nee sollten die nicht alle nach unten gucken? gut klicke in die Tiefe, hat er ja gesagt, ne hier ist ein Zettel, guck mal wo schon müssen die Notizen eh nehmen lesen das ist ja wieder mal ich glaub die müssen alle in die Tiefe, ah der steht schon hier hier unten jetzt den noch und da ist auch noch einer guck mal hm 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 noch Harm alle nach unten schốc dass er alle nach unten gicken soll Mal gleich aufgehend, das Ding. Hehe. Nee. Warum nicht? Ach, hier schwebt noch einer. Guck mal. Diese Rätsel hier beim Bitcher. Haha, ich hab's doch gewusst. Ich bin ein schlaues Mensch. Jetzt müssen wir hier runter, oder was? Ach, hier, guck mal hier. Na super. Das haben wir jetzt erst gesehen, oder was? Na super. Na gut, tue mal rein. Nee, ist nicht dummlich. Schmerzes Blut auch nicht. Hab ich keinen Schwertball? Ah ja, hier. Siehst du das? Schon der Superschwertball. Der Superschwertball ist das schon. Z. Bin rein mit dir. Bin, bin, bin. Guck mal, da unten. Ja, ist eh noch. Da ist ein Rohrschlüssel. Haha. Gibt's ja noch irgendwas. Gibt's ja noch irgendwas. Irgendwie nicht, ne? Es lag einfach tot hier unten rum. Na gut, fuhren wir wieder hoch. Wir schwimmen an die Aubergfläche. Wir schwimmen an die Aubergfläche. Gut. Jetzt geht's zurück zum Labor. Jetzt müssen wir das Labor öffnen. Superheldenlandung. Juhu. Gut. Ich bin gespannt, was mich jetzt erwartet. Was war das? Aufnehmen. Ach, ausmachen. Ne? Okay. Aufgeschlossen. Öffnen. Oh je. Ich hab's gewusst. Och nö, da steht er wieder. Ach du weh. Was denn? Was denn das? Was? Der wägt sich doch da, oder? Ne. Rücken wir F5. Kann ich nochmal kurz, kann ich das? Kann ich jetzt nicht tun. Na super. Ist das ein verrückter? Weiß ja immer. Hm, was nehmen wir denn da? Ich würde ja fast sagen, schwarzes Blut. Vielleicht kommen die so schlecht, oder? Das sind Fünfungen nicht an. Ich wüsste es halt nicht. Guck mal. Könnte jetzt etwas schwierig werden. Wir nehmen mal Quenny. Hm. Blut ist du etwa. Gut. Subjekt. Ich versuche da ist ein Hexer noch, einen schlimmeren Hexer zu machen oder was? Jetzt habe ich ihn umgebracht sozusagen. Ich hoffe hier gibt es auch irgendwo einen Ausgang. Hoffe ich jetzt, ich habe keine Ahnung. Ja, der die ganze Zeit gesessen hat, gewartet bis ich jetzt komme oder was? Ah je je. Besser der Anker ist dann schon. Da ist noch eine Kiste. Noch ein Schrank. Er hat die ganze Zeit hier ausgehört. Bis irgendjemand kommt, ihn zu befreien. Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Na gut, dann machen wir mal weiter. Wo ist das hier? Achso, das war die Tür. Gut, dann gehen wir mal wieder raus. Wir nehmen den direkten Weg. Wir nehmen den direkten Weg, Gerhard. Denkst du? Machen wir so. Der direkte Weg ist immer der beste. Und jetzt überlegen wir uns nochmal ganz genau, wie wir jetzt hier runter kommen. Da gab es nämlich einen einfachen Weg, den wir hätten einfach nehmen können. Diesen Weg, den wir nicht gegangen sind, weil wir zu dumm sind. Aber ich war doch hier. War ich nicht hier? Hm. Ich bin doch hier gewesen. Was ist das jetzt mit dem Hirsch? Das ist dort hinten irgendwo. Kommen wir jetzt von hier da runter? Nehmen wir mal ein Bildschirm. Ich war doch vorhin hier. Na gut. Wahrscheinlich nicht den richtigen Weg gefunden, um da runter zu springen. Na gut. Wir waren zum Abstieg und dann müssen wir drüben ein... Was? Ne? Alles klar. Der wahre Glauben. Ach, na ja, treibend aus Trierien. Den kannst du nicht mehr kennenlernen. Ja, ist ja da... Echt ein Luxus, ne? Echt ein Luxus, ne? So ein Zufall, dass hier grad ein Boot steht, was von niemandem wacht wird. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Kann ich das Boot nehmen? Ne? Na wie grad ist dein Geisteszustand? Klar? Meinst du? Also wir... Wir sind dann mal weg. Tschüss. Ich geh dann mal, ne? Halt. Waren dann hier hinten irgendwelche... Schätze? Kann ich mal gucken. Dann wollen wir schon mal hier sein. Aha. Uh, da unten ist was. Da unten ist definitiv was. Hä? 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 Hm. Oh, das ist einfach nur Kreuzdorn. Und Hornblatt. Waren hier noch mehr? Ich hab doch hier was gesehen. Kreuzdorn, Hornblatt... Nö. Scheinbar dann doch nicht. Ich weiß, dass hier hinten wahrscheinlich noch irgendwelche... Da ist ne Kiste. Da, ich seh sie. Ganz genau seh ich die Kiste. Schwarzes Blut hab ich jetzt eingenommen. Warum eigentlich? Na, da ist ne Kiste. Sist du das? Guck mal, hier. Guck mal, hier. Man muss ja immer mal schauen. Ich sehe nichts mehr. Na gut, dann fangen wir wieder zurück zum Boot. Schwuppdi, schwuppdi, schwuppdi. Dann, hup. Da ist ein Hexer. Ich suche das Frack des fliegenden Hirsches. Na dann. Da muss ja irgendwo ein Frack sein. Kann er sein. Ich komme hin und kriege den Frack voll. Ha, 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 ha. Ja, ich will es. Warte mal kurz. Surfen die etwa? Ja, ich frage nicht. Ja, ich frage nicht. Ja! Ja, wir galen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020